Ey, nassi du Arsch! Wollen wir mal wieder Spreue spielen? Hallo? Na klar! Willkommen zu Mortal Kombat 2 Hallo! Eigentlich gar nicht so lustig. Doch, ich bin schon! Aber ich dachte mir machst du eine kleine Hommage an die letzte Folge. Ja. Ne, was anderes ist mir zur The Peabody and Atlas Parable nicht eingefallen. Ist ja nicht so, dass ich da wie ein anderes ähnlich klingendes Spiel schon mal als Let's Play gemacht hätte. Oder so. Ja, Entschuldigung. Ja, ne, aber trotzdem, ich freue mich sehr darauf, weil das Spiel ist ja geil. Ich habe es zwar selbst noch nicht gespielt, aber es ist geil. Du glaubst, du fühlst es schon. Genau, weil alle so geschwärmt haben vor diesem Spiel, gehe ich stark davon aus. Und deswegen denke ich, dass diese Map auf dem Vorschaubild, das man jetzt leider hier nicht sieht, sieht man auch, dass es nicht mit dem Standardeditor gemacht wurde. Vielleicht ist es ein interaktives Vorschaubild, das halt nur das Portal 2 Logo und einen drehenden Kreis hat. Das kann natürlich auch sein. Das wäre herausragend. Ja. Also dann dafür ein Respekt an, der heißt übrigens German Zocker Basti. Mhm. Ein Namensvetter. Oho. Sehr schön. Ich freue mich. Nein, nicht schön. Ja, ne, aber freuen kannst du dich trotzdem. Okay. Kann ja auch über was anderes sein. Ist mir egal. Das ist nett. Ich freue mich einfach mal. Über das Wetter heute. Das Wetter ist schön. Nee, hier ist so grau. Ja, hier auch. Hier auch. Eigentlich scheint die Sonne. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Palmen wedeln im Wind. Ach, bist du doch umgezogen jetzt endlich. Einen leichten Lüften näher. Bis jetzt. In mein Sandschloss. Ja. Auf den Bahamas. Finde ich gut. Ich finde das gut. Ja. Ich würde sagen. Stichwort Sandschloss, ne? Genau. Es ist auf jeden Fall das Stichwort. Das ist ja allgemein bekannt für, wir starten jetzt die Portal Map. Könnt jetzt wieder Geschichten erzählen, aber ich mache es nicht. Vielleicht später. Genau. Mach es mal später. Ich erinnere dich an Sandschlösser und so. Kleiner Teaser an das Ende der Folge, was wahrscheinlich ab der Hälfte ungefähr anfangen wird. Wir spielen mal. Ich habe ein faszinierendes neues Testelement gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt, da der Kontakt mit ihm anscheinend zu Herzversagen führt. Steinversagen wird allerdings nicht erwähnt. Also solltest du keine Probleme haben. Weil wir so massiv sind. Richtig. Wisst ihr was? Der Rahmschnitt, der mir gerade gesagt hat, er glaubt sein Tee ist fertig. Wollen wir dem Mann mal kurz ein paar Minütchen geben, dass er sein Tee holen kann? Ne, das war weil du rumgefiebt hast wie so eine alte Teekanne auf dem Herd. Achso. Hast du das nicht verstanden? Ne, der kam nicht an bei mir. Guck mal hier, ein Radio. Ja. 85,2 FM. Gibt das? Steht da drauf. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Es fällt immer wieder aufs Gesicht, ne? Das ist schon blöd. So wie ich morgens. 85,2 FM. Das stimmt. Hallo. Willst du mein FM sein? So, ich drücke. Willst du ein Schlückchen Kaffee trinken? Kaffee? Kaffee. Kaffee, geh mal her. Kaffee. Welcher Kaffee? Oh, hier ist es offen. Ich finde es ja gut, dass man die Dinger sogar bewegen kann, ey. Ich bin mal gespannt, ob tatsächlich der Spirit von Stanley Parable hier eingefangen wurde, weil das Spiel ist ja eigentlich sehr unbrechenbar. Wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, wo es denn lang geht. Wir können ja sogar sterben. Du musst übrigens alles machen, weil ich darf den Kaffee nicht fallen lassen. Ach, das stimmt. Okay. Gibt, äh... Ne, das ist auch schon wieder eine Geschichte, die ich erzählen könnte. Das ist nicht so. Das wissen die meisten wahrscheinlich auch. Bei Portal... Half-Life 2 Episode 2 Gibt es einen Gartenzwerg, den man durchs ganze Spiel tragen kann. Dann kriegst du mal eine Belohnung am Anfang. Äh, am Ende. Am Anfang kriegt man eine Belohnung. Ne, am Ende. Muss du nochmal zurücklaufen? Ich werde schon mal die Tasse hochwerfen. Nein! Nein! Ist... ist... Hast du Tassi verloren? Ich hab Tassi... Doch, sie ist oben. So, mach ich nochmal offiziell. So, hier, bitteschön. Oh nein, nein, ich hab Tassi verloren. Nooo! Tassi! Es war schön. Es war schön, die Zeit mit Tassi. Tassi. Brauchen wir zusammen Tassi gehen? Haha! Guck mal, hier ist ein Ausgang. Ah, da fehlt ein, äh... Pfeil nach unten. Batz. Flump. Soll ich mal? Ja. Und jetzt ist die Karte zu Ende. Achso. Ich geh rechts. Sonst gehst du nämlich immer rechts. Hihi! Mach ich das? Ich glaube ja. Also, mir kam das gerade so vor, als ob ich falsch wäre. Mhm. Gehen sie mal vor. Ich sag mal vorgehen. Ich muss noch was... Oh! Was ist hier denn los? Oh! 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 Ah, hier ist sowieso nix. Oh! Oh! Ja! Deine strahlenden Augen, das ist der Laser. Hallo, hast du mich angeschossen? Ne. Au! Jetzt haben wir das Weiße gepumpt hier. Hä? Ja, der bleibt doch mal drauf stehen. Bleibt doch stehen! Ich hab da aber so viel Spaß hier dran. Ja, ich glaube, es geht los. Geht tatsächlich nicht los. Warum kann ich da kein Portal drauf machen? Blopp. Blopp. Das ist nur schräg. Das ist weg gerade. Grader. Ah, ja. Das liegt gerade. Ein bisschen höher. Ich komme nicht höher. Ein bisschen nach links. Warten sie mal kurz. Gleich da soll mal hier eben rüber. So. Warum kann ich da auch nichts dran auch machen? Ich glaube, weil sie schräg gestellt ist, oder? Nüse. 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 Ich glaube es liegt nicht daran. Aua. Da ist doch die Portal-Kanone funktioniert. Ah, das ist ein Spiegel! Das ist Spiegelfläche. Das ist Spiegel. Keine Portalfläche. äh, Sportal. Sportal. Äh, äh, Spontanfläche. Jo. So. Uh. Pokémon, ein Würfel. Au, au, au. Ah. Oh. Das war ungünstig. Weil, wie viele Würfel denn noch? Der unterbricht den jedes Mal. Du musst den vorher wegfangen. Ja, so. Der Würfel unterbricht, ja, oder so. Äh, gehen sie da mal durch. Ich geh mal hier durch. Ja. I'm through. Through? Ach ja, ich kann ja selber hier auch through gehen. It's a through-man-show. Through-robot-show. Hm. Das wird nicht besser hier. Das wird echt nicht besser. Ha. Äh. Guck mal, da oben kann man bestimmt fliegen. Und fallen. Ja. Vielleicht sogar flallen. Du hast recht, es wird nicht besser. Ja. Äh, so. Boing. Boing. Hallo, kann ich dich noch treffen? Nein, du bist auch da. Das war's nur da. Boing. Hä? Was ist denn da oben eigentlich? Ich weiß es nicht. Da ist ein Würfel. Ist da oben irgendwas? Nee, da wo du dran stößt. Ja, ich... Das ist so eine dunkle Fläche, aber das ist nichts. Was ist das denn komisch? Das ist eigentlich so eine blaue Fläche. Was ich oben ran stößt, da ist, da muss sowas, ne? Wie soll das sein? Da oben. Da oben. Ich glaube, da wird was umgedreht. Wir müssen erst mal da hoch. Entschuldige, ich muss gerade kurz gähnen. Ja, ist okay. Da oben ist irgendwas. Wo ist denn da oben hoch? Ähm, wie kommen wir denn da hoch? Ach ja, ist ja ganz einfach. Ist doch ganz simpel. Äh, ja, ist es auch. Was? Nee, hier. Ich mach's doch mal selber. Geht ja gar nicht. Warte. Hä? Ja, warum bin ich in den Ziel? Das ist nämlich kein Laus-G, das ist eine Sprunggeschichte. Die ist mir zu hoch gekommen. Darunter. Ich mach's anders. Au. Immerhin sprungvoll. So, wir brauchen Würfel. Wir brauchen Würfel. Ja, das siehst du ganz richtig. Die kriegen wir da oben raus. Kleiner Knastisch, schau bitte an die Wand, die sich. Hier, muss ein Laser rein. Hier muss ein Laser rein, genau. Die Osten hatten wir doch irgendwo einen Laser. Ja, da ist ein Laser. Kleinen Moment mal hier. Ich kriege mich auch mal in den Laser her. Mach das. Oh. Es ist aber nicht. Es ist kein Aau. Es spiegelt aber nicht. Das ist jetzt ja mal überraschend. Es spiegelt aber nicht. Wir können ja jetzt den... Ah, hier, guck mal dahin. Wo, 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 was ist denn da los? Ist das hier Laser? Mach mal den Laser da runter. Ich hab gedacht, das wäre Blauölpampe, die da rauskommt. Nee, mach mal den Laser. Den Laser da runter. Ja. Oh. Guck mal an. Die ist ja lila. Ist die bei der auch lila? Lila? Die Spritzer sind lila. Das stimmt. Der Rest ist so überstrahlt weiß. Ja. Trotzdem schön. Oh. Sieht ja richtig toll aus. Ich kann mich da den ganzen Tag dran erfreuen. An sowas. Und das mach ich auch. Oh. Wie müssen wir das denn auch beschleunigen? Wir brauchen, glaube ich... Nee, geht das überhaupt? Geht ja eigentlich gar nicht. Wie soll man das denn beschleunigen sollen? Ah. Aber wenn man vollgespritzt wird, dann ist man orange. Das ist ein, 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 ein Farbspiel hier. Das ist einfach schön. Ich glaube, dass der, der Farbersteller hatte keine, eine sehr zügige, arbeitende Persönlichkeit. Ja. An dieser Stelle. War sich einfach nicht einig. Nee. Kann man den Blob vielleicht da hochschleudern? Tatsache. Pium. Das war nur eine nicht ernst gemeinte Idee, aber das ist auch gut. Gut. Dann haben wir das auch. So? Nee. Bin ich noch rechts. Jo. Hä? Achso. Jetzt muss da noch unten noch das andere Ding ertragen. Der Würfel. Der Würfel ist da. Soll ich den Würfel mal hochholen? Ach, ist der Würfel jetzt da runtergefallen? Da ist der Würfel runtergefallen. Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, ich werfe den Würfel... Ja. Tun sie es. Kannst du eventuell... Hast du ein Portal frei? Du meinst eventuell? Oder nee, wir machen das anders. Kannst du gleich mal... Ich sag an. Da kommst du ran, ne? Da komm ich ran, ja. Da eventuell gleich mal. Wenn der Würfel hindurch gefallen ist... Ja. ...dort ihr dunkelblaues Portal hinsetzen. Das kann ich machen, ja. Ich zähle runter. Das brauchst du nicht. Ich zähle runter in 3, 2, 1, 10, 9. Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt... Das war schief. Du hättest eh gerade getrunken. Nein, ich hab nur umgewirft. Jetzt trinke ich. Was war denn? Hast du gepustet da? Oder was war denn? Ich hab getrunken. Ach so. Ach so, dieses... Ja, aber es war eigentlich so überzeugend, wie ich wollte. Sturm in der Teetasse. Für sowas müsste man eigentlich immer so eine leere... Oh. Oh, sorry. Kein Problem. Müsste man immer einen Strohhalm dabei haben. So einen Pappbehälter. Okay, es geht los in... Ja, es geht los. Wolltest du runterzählen? Oh. Aber knapp ist es. Das war richtig knapp. Richtig. Richtig. Ähm, was haben wir da jetzt eigentlich? Nix. Ist das ein Vorstuhl? Hier ist nix passiert. Ich... Ist weiterhin bleu. Packe meinen Würfel und nehme mit. Oh. Jetzt können wir da hoch. Yay. Ach so. Jetzt, ähm... Brauchen wir das nochmal da? Ja. Ach so, ist so eine Fläche. Stürrl. Stürrk. Die... Die Stürrl. Pioong. Oh. Oh. Prrrr. Nup. Ah. Ey, Rami. Oh. Ich mag die Map. Oh. Äh. Was gibt's noch zu lachen? Ach, nix. Kann man eigentlich britschen, durch britschen, durch britschen? Ja, kann man. Britsch... Ja, Licht geht natürlich durch Licht. Ist so... Ja, aber... Aber wir... Aber wir gehen nicht durch Licht. Das ist ja das Komische. Stimmt. Ich drücke mal. Ah. Na. So. Au, du bist auf der falschen Seite, leider. So. Sorry. Danke. Ja, bitte. Bitte. No Props. So, jetzt haben wir no Props, ey. Für dich gibt's keine Props heute. Ne, Props hieß bei mir gerade Probleme, aber... Ich weiß. Ja. Ich bin halt nicht so hip. Hopp. Das ist ja interessant. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Meint die jetzt uns? Ich glaube, sie meint die Prismaten, die da oben rauskommen. Ach so. Hm. Ähm. Möge er uns unterhalten. Ich werde mal da hoch. Mhm. Nöp. Nöp. So. Ähm. Wolltest du gerade albern sein? Ne, 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 ne. Ach so. Ganz und gar nicht. Das war unbeabsichtigt albern. Möp. Okay, ähm. Ja. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, schnell... Ah, wir können hier... Wir können auch mal versuchen, die Laser hier unten durchzulenken, oder? Oder brauchen wir da noch mehr Prismen für... Ne, der oben... Ja, ich glaube, das Prismen müssen wir erstmal runterholen. Aber ich kann jetzt hier, guck mal. Ja. Ich kann ja theoretisch... Ja. Wenn du das Ding jetzt... Du sei... Ich soll nicht. Dann geht... Da ist ja da eine Fläche. Dann kann man ja eventuell, verstehst du? Mit... Mit... Scherwungen. Au. Das ist aber ungünstig gewesen. Hat das gereicht? Ne. Ne, ich bin gestorben. Was ist denn passiert? Ich habe keins mitbekommen. Wieso stehe ich denn hier? Ach so, ich bin zu dir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich wieder zu dir komme. Ähm. Aha, hier ist ein langer Gang. Ich glaube, da hat sich was hingesetzt. Und wenn nicht, dann setze ich hier gleich was hin. Ah, ich will raus schweben. Ach, das ist da, wo wie vorhin, wo du gesagt hast, hier geht immer zuerst und so. Ja. Ah, das ist ja mal gut gelöst. Das stimmt, aber es ist immer noch ein kleines Stück, was hier fehlt. Ja gut. Was geht, das ist ja. Oh, geht. Hallo. Hallo. Wie machen wir jetzt? Was hat er denn eigentlich gemacht? Ach so, ist ja klar, natürlich. Du kannst ja gar nicht mich da... Du musst ja... Da gehen ja dann die... Verstehst du? Ne, das habe ich ja gerade gemacht. Kannst du dich irgendwie so weit weg hinstellen, dass es dann doch passt? Was da oben ist noch ein Knöppes, ne? Na, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier hinten erreichen dich doch die Touris nicht. Nö, ich kann natürlich auch schon hier aus das machen. Da treffe ich kaum. Doch, doch, doch. Ich setze es hier direkt vorne an die Kante. Ich meine, wir können auch... Nee, 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 warte mal hier. Wieso? Zack. Oh, jetzt nicht. Sorry. Das war senkrechter, als er wartet. Ja. Mann, 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 Mann. Ja. Mann, 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 Mann. Ja. War echt, denke ich... Also, ich hatte... Ist egal. Hab's falsch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Was passiert eigentlich, wenn man in den Peter hier unten geht? Gar nichts, weil da nichts ist. Oh. Aber... Die kann man auch bestilmt benutzen. Aber... Aber... Hab ich dich getroffen? Nee, aber der Laser. Schwengel. Hallo. Du und dein Schwengel. Entschuldige, bitte. Das ist eine neue Doku-Soap. Im Fernsehen. Ja. Wir können auch... Warte mal, wir müssen uns den Turrets hier entledigen. Geht das? Ich glaube, wir kriegen den Laser hier nicht runter. Nee, verdammt. Willst du mal fallen und... Nee, geht ja nicht. Doch, geht doch. Das geht doch. Dann musst du dir nur selbst dein Portal setzen. Nee, das geht nicht. Dann wird ja abgeschossen. Dann möchtest du mal fallen. Ich bleib hier hinten stehen. Ich falle mal. Ich falle mal. Wo, wo... Ich mach mal hier. Aber tritt ja von hier aus. Setz mal... Naja, neben... Ja, doch. Du triffst... Nee, setz du mal selber deine. Äh, äh, äh. Du... Wenn ich auf das Prisma stellen nenne, dann habe ich einen höheren Outlook-Point. Ich bin irgendwo gegengeklatscht vorher, glaube ich. Ja, aber... Aber nee. Du bist einfach nur gegen die Wand gedonnert. Ich hatte... Es hat sich so angefühlt, als wäre ich auch schon vorher irgendwo gegengeknallt. Ja, das war aber nicht in der Aufnahme jetzt hier. Achso. Ähm, was ist da unten? Da kommen wir her. Okay. Äh, was haben wir denn noch? Das Ungelenk bringt uns da oben ein neues Prisma. Okay. Komm ich... Dann stell dich da nochmal drauf. Wo drauf? Wo du gerade warst. Ja. Komm ich da rüber gehüpft? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Mach nochmal, mach nochmal, bitte. Sorry, aber ich glaube, ich komme von oben komme ich her. Ach, das ist Quatsch, das mach doch gerne. Also, so ne Scheiße, warum muss ich dich da wegmachen? Was machst du? Ich seh... Nein! So knapp! Wie, wo willst du denn hin? Da. Da. Oho. Du könntest aber fast klappen. Ich versuch's. Hopp. Ja. Jetzt bin ich gegen die Kante gestoßen. Aber es ist dann auswendig hier draufstehen, ne? Ja, genau. Das ist das letzte Problem. Ansonsten, ich versuch jetzt noch einmal... Oh! Ich seh grad nichts. Ich hab die nur fallen sehen. Ja, ich versuch jetzt noch einmal, dann bist du dran. Mhm. Meinst du, ich schaff das? Weiß ich nicht. So, bitteschön. Weil ich hier der Skiller von uns beiden bin. Weil du mehr Glück hast. Ah, du bist auch oben gegen die Kante geknallt. Mhm. Voll mit der Stirn. Hopp. Ansonsten gibt's da oben... Nee. Wobei, nee. Portal setzen ist schlecht. Hopp. Denge in meine Stirn. Nee. Oh. Nein. Entschuldigung. War ein Reflex. Ich war... Ich war vor allem fast ganz hinten. Und trotzdem haben die mich noch getroffen. Ach, so soll man da hinkommen. Oh, okay. Verstehe. Wie soll man da hinkommen? Ja, alles okay. Das ist zu weit. Das stimmt. Hm. Wir können uns doch aber da jetzt beschleunigen. Dafür. Beschleunigen. Wie dafür beschleunigen? Oder? Ja, das ist ja keine Schräge, wo man da ran kann. Oder was hast du vor? Ich weiß es auch nicht. Alles so weit. Das ist alles so weit. Oh, ich stehe gleich an der... an der... Ante? Au. Was ist mit deiner Tante? Das ist... Nein, die sind ja... Oh. Es ist wie den ganzen Weg gelaufen, Mann. Alles umsonst. Ich... Hier brennen noch Reste von dir jetzt nicht mehr. Aber es brennt trotzdem. Es hatte gerade was sehr weihnachtliches. Sehr nachweihnachtlich. Du meinst, da verfetzt man sich auch mal gegenseitig? Ja, ja. Nee, ich meine, das ist brennende. Brennende Roboterteile unter dem Weihnachtsbaum. Vom Weihnachtsroboter, der zerstört worden ist. Äh. Was bringt uns der... Kann man nicht... Warte mal, man kann doch bestimmt selber in den P da rein, hier, oder? Man kann doch... Oder hoch. Nein! Was machst du denn? Nix. Ich höre nur ein Nein. Wie kann man denn den Laser da unten reinbringen? Hier unten? Oder sollte der gar nicht rein? Nee, da geht er raus, oder was geht er? Geht er da raus? Da geht er raus. Wo geht er raus? Da geht er raus. Da geht er raus. Achso, da. Ja. Da geht er raus, dann geht er hier durch. Und dann geht er, geht er, geht er. Geht er, geht er. Geht er, geht er. Peter. Nutze den Peter. Lieber Knastie. Da unten ein paar Hotelchen hin. Und dann... Äh, vielleicht... Boah. Hm. Noch irgendwo anders. Vielleicht. Also ich hatte ja die Überlegung kurz dahin, aber das wäre ja auch Quatsch, weil... Von da oben kannst du nicht da reinspringen, oder? Ich meine, du darfst es gerne probieren. Ah, uh. Das war unnütztlich. Ah, nein, 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 nein. Aber wie oft willst du eigentlich noch sterben? Ich glaube, von da oben komme ich aber da rüber. Wenn das Ding da ausgefahren ist. Das kann natürlich... Kann das sein? Also für mich sah das recht nah aus. Huch. Nah. So. Ui, das ist doch knapp. Äh, das könnte vielleicht gehen, ja? Müssen wir halt gut sein. Vor allem, ich muss dann gleich die... Die Gänge müssen höher stellen. Den Schutzwall. Le Wall des Schutz. Ja. Er trifft nicht... Au, er trifft doch. Der Chalunke. Ach, da bist du. Hi. Du kamst doch aus dem Boden geschossen. Nein. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017